Der Schiff ist so dunkel! Thomas Vorsicht! Helfer! Komm, schau zu mir! Boah! Der Schiff ist so dunkel! Der schafft mich immer einfach einfach, was ich weiß! Warum geh ich denn nicht einfach weg, wenn ich keine AP hab? Hey, ist doch scheiße! Kann man auch mal irgendwie was hin? Nein, ich glaub nicht. Kann man was abstauben? Ach komm, ey! Bei Stauben gibt's da einiges, ja. Zwei Kills. Ich schreit auf die Lux. Doch, ne Mist! Leul, nice uns! Und er kriegt sie beide! Nice, nice, nice! Das war nice! Nimmst du auf, Flo? Weil das wär geil gewesen! Ja, ich nehm auf! Ja, ich nehm auf! Ach, cool! Kannst du dann rausschneiden, wie wir vorher drauf gegangen sind, bitte? Der soll ja abspeichern, oder was? Na ja, der Move vom Temo war grad eben schon... ... ... ... ... ... ...